herzlich willkommen zum zimmerduell der zimmernummer 2203 viel spaß kommen wir direkt zur ersten frage wer von euch ist der größere morgenmuffel wer von euch ist besser mit dem schwachen fuß hast du ja bravo und stimmt gar nicht stimmt nicht du bist doch nicht besser ja klar bitte ich weiß nicht so viele dinge auch noch schießen und ran knüppeln soll noch ankommen man das ist ja nicht der ernste wer von euch würde sich besser in der freien wildnis zurechtfinden hast du ja hoffen richtig absolut richtig wer von euch geht öfter ans buffet allgemein oder jetzt hier jetzt hier vor ort oh jesus wenn ich mit maxi machen würde weiß ich aber ja komm hast du ja komm das wäre so ein 50 50 also geht ihr schon relativ häufig beide wenig beide wenig deswegen deswegen ist es ja und wer von euch ernährt sich gesünder schwierige frage erik hat sich schon entschieden er muss jetzt mehr trainingseinheiten bis jetzt gehen okay ich dachte dadurch dass du nicht viel machen muss dass du dann nur auf dem salatbuffet gehst wer von euch verbringt mehr zeit am handy einer spielt immer sein spiel deswegen ist das für mich punkt für euch wer von euch hat mehr kontakte im telefonbuch zeig mal dein handy weiß ich gar nicht weiß ich auch nicht das ist schwer wüsste jetzt nicht mehr wie viel ich hatte wirklich wirklich 2 2 2 2 2 2 wer von euch ist romantischer punkt für euch wer von euch achtet mehr auf seine frisur punkt für euch und wer von euch ist emotionaler kann man beide machen aber wer schon wichtig wenn ihr euch für eins entscheidet man hat sich bereits entschieden putti hat sich bereits entschieden emotionaler dann mache ich hier richtig jawohl kommen wir zur letzten frage sind wir in der schule jetzt immer drin in der materie von euch besitzt mehr klamotten klar siehst du da sind wir doch da sind wir doch da sind wir doch dabei wir lassen es uns schmecken